Hi, ich bin Mona aus dem FAM Marketing Team und gebe euch heute eine kompakte Einführung in unser Campus Management System Trainix. In der Beschreibung unter diesem Video findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Kapitel mit den dazugehörigen Zeitmarken. Wenn Teile der Einführung für euch selbsterklärend sind, könnt ihr diese also einfach überspringen und da ansetzen, wo es für euch interessant wird. Los geht's! Je nachdem, welches Endgerät ihr nutzt, könnt ihr das Trainix entweder über den Webbrowser eurer Wahl öffnen oder euch die Trainix-App herunterladen. Um das Trainix in der Browser-Version aufzurufen, gebt einfach die URL fhm.trainix24.de in die Adresszeile ein und schon öffnet sich das Login-Fenster zur Anmeldung. Am besten setzt ihr euch direkt ein Lesezeichen. Als digitaler Campus ist das Trainix der Dreh- und Angelpunkt für alle organisatorischen Belange des Studiums und ihr werdet euch in den kommenden Jahren noch so manches Mal hier einloggen. Um das Trainix in der App-Version, das heißt vom Smartphone aus, aufzurufen, gibt es zwei Wege, je nachdem, welches Betriebssystem ihr nutzt. Als iPhone-User könnt ihr einfach den App-Store öffnen und die App direkt herunterladen. Als Android-User müsst ihr einen kleinen Umweg machen und die URL zunächst in den Browser eingeben. Dort könnt ihr euch auch die Android-Version direkt herunterladen. Egal ob Browser oder App, sobald euch die Anmeldemaske angezeigt wird, könnt ihr euch mit euren individuellen Zugangsdaten anmelden. Diese solltet ihr vorab per Mail erhalten haben. Ich nutze hierfür einen Test-Account. Solltet ihr euer Passwort vergessen haben, findet ihr im Login-Fenster unter dem Anmelden-Button den Punkt Zugangsdaten anfordern. Es öffnet sich ein Formular. Hier gebt ihr zunächst euren Nachnamen, Geburtsdatum, Studienstandort und die letzten vier Ziffern eurer Matrikelnummer ein. Dann beantwortet ihr die Capture-Abfrage, setzt ein Häkchen bei Ja, ich bin ein registrierter Trainix-Nutzer und drückt auf Meine Zugangsdaten anfordern. Dann schicken wir euch eine E-Mail, mit der ihr euer Passwort zurücksetzen könnt, um wieder Zugang zu erhalten. Jetzt aber endlich ab ins Trainix, wo wir uns zuerst mal die Startseite genauer anschauen. Mittig auf der Startseite findet ihr alle aktuellen Infos rund um euer Studierendenleben. Das sind zum einen generelle Informationen zum Trimesterverlauf oder Nachschreibterminen, aber auch Meldungen zu aktuellen Ereignissen, Veranstaltungen oder Seminar- und Workshop-Angeboten des Career Service Centers. Seit neuestem erwarten euch hier auch verschiedene durch künstliche Intelligenz gesteuerte Chatbots, unsere Studienhelfer Alex, Robin, Dr. Melly und Ava. Ob Motivation, Prüfungsvorbereitung, Vertiefung oder Hilfe bei der Titelsuche für eure Hausarbeit. Die vier können euch an vielen Stellen unterstützen und weiterhelfen. Probiert das einfach mal aus. In der rechten Zeile findet ihr eine Reihe nützlicher Kategorien, die individuell auf euch und euer Studienumfeld angepasst sind. Euch werden beispielsweise tagesaktuell eure nächsten Termine für Seminare, Vorlesungen und Prüfungen angezeigt oder ihr könnt sehen, wer gerade online ist. Eine der wichtigsten Kategorien auf der Startseite ist die der Anmeldungen. Ihr findet sie hier oben auf der rechten Seite. Dort seht ihr alle aktuellen Angebote des Career Service Centers, für die ihr euch mit einem Klick ausführlich informieren und im nächsten Schritt auch direkt über das Trainings anmelden könnt. Darunter findet ihr einen Auszug aus den aktuellen Angeboten der FHM-Stellenbörse. Egal, ob ihr auf der Suche nach einem Praktikumsplatz für die SIP-Phase seid oder nach einer Festanstellung für die Zeit nach dem Abschluss sucht. Hier erwarten euch exklusive Stellenangebote unserer KooperationspartnerInnen, auf die ihr euch direkt bewerben könnt. Die letzte Kategorie bilden die Lesezeichen. Praktisch eine Sammlung der wichtigsten Direktlinks, die ihr im Laufe des Studiums brauchen könntet. Weiter geht's mit dem Menüpunkt Privat. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich dabei um euren privaten Bereich im Trainings. Hier findet ihr neben eurem persönlichen Datenblatt unter anderem die Möglichkeit, Abwesenheiten anzumelden und ärztliche Atteste hochzuladen, Notizen abzuspeichern oder, ganz wichtig, eure Noten einzusehen. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal kümmern wir uns um das Datenblatt. Das Datenblatt ist eure Visitenkarte im Trainings. Wenn ihr euch das erste Mal im Trainings anmeldet, ist es wichtig, dass ihr das Datenblatt mit euren Kontaktdaten füllt, damit wir euch während des Studiums erreichen können. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, ein Foto hochzuladen, mit dem ihr KommilitonInnen, Profs und Mitarbeitenden im Trainings angezeigt werdet. Solltet ihr im Laufe des Studiums umziehen oder eure Telefonnummer wechseln, denkt unbedingt daran, eure Daten auch hier im Datenblatt zu aktualisieren. Dafür einfach die neuen Informationen eingeben und vorm Speichern unten links ein Häkchen bei Ja, meine Adresse oder Telefon haben sich geändert setzen. Dann auf Persönliche Daten jetzt aktualisieren klicken und eure neuen Adress- bzw. Telefondaten sind gespeichert. Unter Sichtbarkeit könnt ihr einstellen, welche eurer Daten für wen sichtbar sind. Hierfür einfach die entsprechenden Häkchen setzen und über die Schaltfläche unten aktualisieren. Last but not least eine der wichtigsten Funktionen eures persönlichen Datenblatts. Die Download-Funktion für Studienbescheinigungen und der digitale Studienausweis. Beides findet ihr ganz oben auf der Seite. Einfach die entsprechende Schaltfläche anklicken und schon könnt ihr euch eine Studienbescheinigung herunterladen bzw. euch euren Studienausweis anzeigen lassen. Nicht wundern, in der Browser-Version wird euch der digitale Ausweis wie hier als PDF-Dokument mit Anleitung zum Ausschneiden dargestellt. Die ist für alle, die keinen physischen Ausweis erhalten und sich ihren Ausweis ausdrucken möchten. Wenn ihr mit eurem Smartphone im Tranex unterwegs seid, könnt ihr aber auch einfach den Button ID klicken und euch wird direkt der digitale Ausweis angezeigt. Wenn ihr euer Passwort ändern möchtet, könnt ihr das über den Menüpunkt Passwort tun. Dazu gebt ihr euer bisheriges Passwort sowie das neue Passwort ein, fügt bei Bedarf noch einen Merksatz hinzu und bestätigt eure Eingabe mit einem Klick auf den Button Änderungen speichern. Wenn ihr krankheitsbedingt nicht an einer Prüfung teilnehmen könnt, habt ihr über den Reiter Anwesenheit die Möglichkeit, das Prüfungsamt über eure Abwesenheit zu informieren und ein ärztliches Attest als Nachweis hochzuladen. Hierfür klickt ihr einfach rechts oben auf den Button Attest Abwesenheit melden, klickt dann auf Neue Abwesenheit Attest einreichen und gebt an, von wann bis wann ihr krankgeschrieben seid. Über den Datei-Auswählen-Button ladet ihr dann ein scharfes, gut erkennbares Foto oder einen Scan eures Attests hoch. Verseht ihn bei Bedarf mit einer Anmerkung und reicht die Unterlagen über den Einreichen-Button offiziell ein. Nun werden euch die übermittelten Daten in einer Übersicht angezeigt und ihr könnt in Echtzeit nachvollziehen, ob eure Unterlagen bereits geprüft wurden und wie der Status eurer Entscheidung ist. Der nächste wichtige Menüpunkt sind die Noten. Nach jeder absolvierten Prüfung werden die vom Team des Prüfungsamts hier eingetragen, sodass ihr sie direkt online einsehen könnt. Wenn ihr eine Notenbescheinigung benötigt, könnt ihr euch die hier ganz einfach mit einem Klick wahlweise in Deutsch oder Englisch herunterladen. Weiter geht's mit dem Café, praktisch eurer Kommunikationszentrale im Trainings. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit verschiedenen Personengruppen in Kontakt zu treten. Unter Kommilitonen findet ihr eine Übersicht aller Studierenden eures Kurses mit der Möglichkeit, diese direkt per Trainings-Mail zu kontaktieren und, ganz wichtig, deren Geburtstage einzusehen, damit ihr auch pünktlich gratulieren könnt. Unter Dozierende findet ihr eine Übersicht aller ProfessorInnen und DozentInnen sowie der Mitarbeitenden mit der Möglichkeit, diese direkt per Trainings-Mail zu kontaktieren. Egal ob Kommilitone oder Kommilitonin, Dozent oder Dozentin, über einen Klick auf den jeweiligen Namen gelangt ihr direkt zum Profil der Person und könnt deren Daten und Bild einsehen. Der Punkt Nutzergruppen dient dazu, themenspezifisch in bestimmten Personengruppen zu kommunizieren. Dies ist vor allem dann relevant, wenn ihr euch beispielsweise im Fachbereichsrat oder als Sprecher oder Sprecherin eurer Studiengruppe engagiert. Die Punkte Mail-Ein- und Ausgang erklären sich eigentlich von selbst. Hier findet ihr Nachrichten von euren KommilitonInnen oder DozentInnen und könnt eure gesendeten Nachrichten einsehen. Unter dem Menüpunkt Foren findet ihr verschiedene Foren, in denen ihr euch mit KommilitonInnen zu verschiedenen Themen austauschen könnt. Zum Beispiel zu bestimmten Fachfragen im Kreise eurer Studiengruppe oder in allgemeinen Kategorien wie Biete Suche. Weiter geht's mit dem Menüpunkt Lernen, wo wir über die linke Navigationsleiste gleich direkt in die Übersicht starten. Vorab aber noch schnell der Hinweis auf die Trainings-Verknüpfung zu Moodle. Moodle ist die Lernplattform der FRM Online University und damit für alle fairen Studierenden relevant. Solltet ihr dazu zählen, könnt ihr über den Button Weiter zu Moodle direkt aus dem Trainings heraus zur Plattform gelangen. In Moodle finden sich dann die digitalen Studienmaterialien der FRM Online University. Nun aber zur Übersicht. Die ist sowas wie euer Studiencockpit und damit einer der wichtigsten Orte im Trainings. Hier seht ihr all eure Module auf einen Blick mit den jeweiligen DozentInnen und weiterführenden Informationen zur Anzahl ausstehender Termine, Noten etc. Außerdem habt ihr Zugriff auf alle Lernmaterialien im Archiv, die in dem betreffenden Modul hochgeladen wurden. Über den Menüpunkt Studienplan findet ihr eine Übersicht all eurer Vorlesungstermine der aktuellen Woche sowie auch der darauffolgenden Wochen. Hier könnt ihr nachschauen, wann und wo eure nächste Vorlesung in welchem Modul stattfindet und welche Lehrkraft sie leitet. Wenn ihr eine Online-Vorlesung in einem virtuellen Raum habt, könnt ihr diesen direkt über den Termin im Studienplan betreten. Einfach auf den Link zum virtuellen Raum klicken und über die Schaltfläche Jetzt den Raum betreten beitreten. Hier könnt ihr nun abwarten, bis auch der Rest eurer KommilitonInnen eingetroffen ist und der oder die Dozentin die Online-Vorlesung beginnt. Im Archiv findet ihr Lernmaterialien wie Folien und Dokumente, die eure DozentInnen und Profs in den jeweiligen Modulen für euch hochgeladen haben. Sobald ihr das entsprechende Modul gefunden habt, einfach auf Aufklappen klicken und die jeweiligen Dokumente anwählen, um sie herunterzuladen. Der nächste wichtige Punkt ist die Bibliothek. Hier könnt ihr die Bibliotheken der Standorte in verschiedenen Rubriken oder nach einem bestimmten Begriff durchsuchen, um passende Literatur für eure Haus-, SIP-, Bachelor- oder Masterarbeiten zu finden. Für eine noch größere Auswahl könnt ihr außerdem auf die Sammlung der FAM e-Library zurückgreifen. Dorthin gelangt ihr über einen Klick auf die Schaltfläche zur e-Library der FAM ganz oben auf der Seite. Hier öffnet sich jetzt erstmal eine Übersichtsseite, auf der alle Informationen und Zugänge der e-Library für euch bereitstehen. Über einen Klick auf die Kachel Wie nutze ich die e-Library? erfahrt ihr, wie ihr per VPN-Zugang auch außerhalb der Hochschule auf alle Inhalte zugreifen könnt. In feingliedrigen Schritt-für-Schritt-Anleitungen navigieren wir euch sicher durch den Einrichtungsprozess. Über die weiteren Kacheln könnt ihr nun direkt auf alle Inhalte und Dienste der e-Library zugreifen. Über den Menüpunkt Karriere gelangt ihr direkt zur FAM-Stellenbörse. Hier könnt ihr die aktuellen Stellenangebote durchsuchen und nach individuellen Kriterien wie Standort oder Branche filtern. Und schon sind wir beim letzten Menüpunkt angekommen, der keine langen Erklärungen mehr braucht. Mit dem Klick auf den Logout-Button meldet ihr euch aus dem Trainex ab und somit endet auch unser Einführungsvideo. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und es fällt euch jetzt schon etwas leichter, euch im Trainex zu orientieren. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg in eurem Studium an der FAM. один. FEI